was geht ab bei euch auf der erde ja terafox hier gesendet von der erde und heute lang wieder ein live stream ich ja okay ein live stream war battlebill remastered ja das ist ein schön live stream und wir gehen jetzt mal hier als sanitäter hinein mit der chris vektor wird hier genervt aber die ist noch sehr gut im nahkampf die ak15 ist auch okay bleibt so aber wir sind jetzt noch etwas entspannter als medic unterwegs und man kann ja schon mal freunde heilen bringt punkte bringt eine menge punkte als medic vorher als bandage noch nicht heilen konnten brachten sogar noch mehr punkte als medic natürlich bisschen op aber ja wir haben jetzt hier können die trotzdem leute heilen spart den bandagen wiederbeleben geht schneller bandagieren geht schneller als medic ja das ist schon nicht auf dem dach okay das wird eine sehr entspannte runde battle wird erwartet keine mutige oder so das ist jetzt das medic nicht so einfach ja okay was kann ich noch machen gibt es einen bildschirm hier okay da kommt keiner wieder belebte ein gehen wir hier rein ja so kann ich mal an weil die können die man belegen kann oder fünf nach Okay, einen haben wir Boah, jetzt 1, 2, 3, 4 Okay, wiederbeleben geht schnell Bandagieren, wiederbeleben Das ist ein Medikett, so 5, ist ein Medikett, ne? Okay, das ist wieder einer tot, oder? Der bricht ab und die werden hier überrascht Oh, hier habe ich schon rausgezogen, die Chris Vector Und das hat trotzdem nicht geklappt Maaah, nee Oh Oh Oh, ha, ha Ich habe nur rausgeholt, die Waffe hat nicht geklappt Da kamen zwei Gegner, ich weiß nicht, ob ich nicht schießen sollte Sounds like a skill issue to be honest Achso, ich dachte, der Ton im Spiel sei a skill issue Ja, der Ton im Spiel ist auch nicht so besonders besser Gute, meiner Meinung nach Die Waffen hören sich ein bisschen leiser an Oh, maaah, no matter Warum zur Hölle hole ich denn diese Pistole raus? Was ist denn auf 5? 1 4 ist Claymore Okay, das muss man selber verarzten 3 ist Bandage Also In Battlefield 2 Also das ganz alte Battlefield War Die Primärwaffe auf Nummer 3 gestellt Und auf 1 war glaube ich Messer Und 2 war Pistole Und das war natürlich jetzt Also das ist jetzt eine ziemlich umgewohlen Eigentlich ist es ja Was rede ich denn da? Ich meine, das ist ja schon sehr lange Äh Äh, schon wieder eine Scheiße Ich sehe, wie viele Zuschauer in meinem Stream Also das sehe ich denn da genauso In Battlefield 3 oder so Da haben sie das gerne Aber Primärwaffe 1 Und in dem Spiel ist auch Primärwaffe 1 Und die Teamkameraden Wir leben nicht wieder Obwohl wir Medics sind Und uns ziemlich viel helfen können Warum zur Hölle laufen sie hinein vorbei? Schaut's euch mal an, ey Okay Okay, wir wurden wieder Belebt Tazen, Tazen Bringt Punkte 50 Punkte bringt Voll heilt Auch wenn er jetzt nur 16 Schaden hat oder so Wow Ah, das sind ja gar keine Richtungen Granaten Das sind Rauchgranaten, ne Hier habe ich immer Bier besorgt als Medic Damit man, äh Leute Wiederbeleben kann Äh Ja, kann man Leute Einrauchen Und dann können man sie Besser wiederbeleben Weil die Leute nicht Reinschießen können Aber jetzt Braucht ich Echte Granaten Wie Also Diese Situation Echte Granaten Passiert viel häufiger Ja Was sind das denn hier Ach, wir sind Frontline Habe ich gar nicht bemerkt Oh, Frontline spielen wir Das ist ja Wow Auf der Karte Frontline Haben wir noch nie gespielt Das werden Conquesten So Na, wir haben Frontline Ja Da sollten sie in Planeside 3 Einführen Diese Frontlinie Da braucht man keine Basen Campen und so Man Sektoren erobern So wie in Battlefield 1 Operation Wow Wow Uh, Gegner Waren sehr viele Gegner Boah Da kommen schon die Granaten Na, bei Jetzt klopft es bei mir Ja Hallo 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 Guten Abend Hi Na Wie geht's dir? Lange nicht gesehen Ich habe zwei Wochen nicht geraucht Zwei Wochen Ich bin so ein Gelegenheitsraucher Am Tage rauche ich gar nicht Ich rauche nur so abends mal so eine Aber ich habe im ganzen Urlaub nicht eine Zigarette gehabt Hm Super Gut, ne? Ja Wenn es mal alles so einfach wäre, ne? Oh ne Die mache ich ins Büro, ja? Ja Mach's gut Tschüss Schönen Abend Auf dir Danke Tschüss Hm Okay, lieber Nett So Wie geht's weiter? Äh Da Oh, einer wieder blähen Da müssen mehrere Fazit werden Punkte, 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 Tausend Punkte für den Kram hier Machen Das Magic hat mir wirklich eine Menge Punkte Eigentlich gut, dass die Bandagen jetzt gebufft worden sind Dass man nicht mehr so viel Melk spielt Gegner killen uns und bringen weniger Punkte, ehrlich gesagt Ist auch schwieriger Na, man kann ja auch als andere Klassendeute wiederbelebt Bringt oft 100 Punkte Aber die Heilungen hier, ja, das ist gut, ne? Ja, das tut gut, nicht wahr? Ja, runtergefallen Außerdem macht man sich ziemlich beliebt bei den Spielern, wenn man Berwick spielt Bitte Fender, wir Antivirenprogramm Oh Verarztungsbonus Oh, der ist so weit weg Wow, wo kommt die jetzt her? Famaß Durchschnittliche Wiedergabe dauert 17 Sekunden, oh, die Das ist ein toller Livestream Okay, wir wurden wiederbelebt Boah Boah Boah, da kommt der ganze Armee Boah, warum können wir nicht spawnen? Boah, da ist doch nix Da wird nicht angeschossen Okay, der wird angeschossen Aber der hier wird hier Der ist verletzt Was ist denn das denn jetzt hier? Ach so, wir haben einen Sektor-Europa Jetzt sehen wir die Gegner Auch nicht schlecht Na, trotzdem Das erklärt nicht, warum wir nicht spawnen können Was soll denn das? Spawn Was? Ah Das Spiel ist super, ey Man, nur mehr Spawn, die und sterben Was hat der für eine Waffe? Ich glaube, so ein M4 Boah, sind so weit weg Ja, sind alles zu weit weg Ja, durch das Loch natürlich Ja, das ist ja nicht mal durch aufgebaut Ich hoffe, die Dachsentdecken wäre etwas höher Boah Na klar Ja, jetzt schauen wir die einzelnen Pixel an Wo die alle sind Da ist ein Marker gesetzt worden Ja, das ist ein Sniper Wow Wow Ja, der hat's aufgegeben wohl Manchmal verstehe ich nicht, warum die Leute aufgeben Obwohl ein Medikament hier ist Sehen die doch Vielleicht haben die ja keine Munition mehr Oder so Irgendwann mehr Ausrede haben die bestimmt Gleichzeitige Zuschauer 0 Ne, ja, ja, ja Das ist der Sniper mit 100% Damage Wow Oh, ein Stück vom Turm ist eingestürzt Habe ich gehört, da das Stück Das Spiel hat eine Evolution, Leute Da kommen ganze Gebäude umstürzen Ich habe 114 nie gespielt Ich habe mir erst 7 Euro für 10 Euro, weil jetzt habe ich es kaum angerührt Habe ich was verpasst, glaube ich Aber wir hatten so einen schlechten Start gehabt, das Spiel Alles verbuggt und so Und Headcode-Probleme Habe ich mir das nicht geholt Hätte EA das vorhin gefixt oder so, hätte ich mir das wahrscheinlich geholt Ja, das hat einen schweren Start gehabt Deswegen habe ich es nicht geholt Ist jetzt alles der besten Battlefield-Teile gewesen Nach Meinung vieler In Battlefield 1 habe ich mich geholt In der ersten Weltgeeks-Thematik Und, ähm, ja Die sind tot Können ein bisschen quatschen Ich hole gleich die AK-15 raus, wenn es da weitergeht geht's alive Und, ähm, ja die sind tot Na ja, nehmen wir hier durch. Na ja, verwundet er gar nicht mehr. Na ja, wie man Clamber setzt, weiß ich nicht, die legt hier einfach irgendwo hin, so hier nochmal im Busch. So sieht man nicht. Hm. Hier ist niemand. Ah, hier sind welche. Wow. Wow. Ne, ist noch nicht zu Ende, noch 10 Minuten. Boah, das werden wieder abgeschossen. Hm. Von wo? Oh. Ich hole die AK-15 raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Sind alle so weit weg. So AK-15. Mit A, O, C, G, Sarah geht doch schon der erste Kill. Oh, der ist tot. Oh, der ist nicht. Ungebracht. Jetzt habe ich auf meine Zähne gehauen wegen dem Typen, ey. Oh. 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 Gegner. Das war schon hier für den Nahkampf, hat man dieses Visier und für den Fernkampf nimmt man die AUBUS-EG. Da, Sniper weg. Assist. Wow, MP7, meine Güte, ey. Na, das war die AK-15. Was ist denn? Hm. Kommt niemand. Oder? Ne, jetzt habe ich geschossen. Okay, also versuchen wir auf D1 einzunehmen. Nahkampfmodus entschalten. Nahkampfmodus aktiviert. Hm, kriege ich mich selbst halten vor. Äh, ein bisschen hat es fast geklappt. Habt ihr es gesehen? Gab es ein bisschen gesehen? Da hat es fast geklappt. Die selbst halten zum Bandage als Magic. Das geht nämlich gar nicht. Jetzt kommen die Granaten und dein. cmat. Nein. das ding dass sie mit dem nacken visier wieder belegen ok heilen wir den typen hier mal auf wenn er weg rennt ok da wartet nehmen wir auch mal mit hoch hier haben wir die AK-15 die ist gut auf Entfernung ja verkürzungsglau wir sind dann abgeschossen worden da springt er runter und stirbt und zwei Gegner schießen auf uns ah es fallen wir runter und sterben ich dachte schon das passiert mir genau selber imagine putting a scope in AK märkst du da redig solltet kann die machte nörf wir haben sie gut geballert man sieht ja ich hab sogar ein laser dran kann hier dafür schießen ein bisschen fahren kreuz mäßig ein punkt vor sich die gründerung des heller meinung nach ok jetzt so war man war Okay, jetzt kommen die Gegner. Wieso funktionieren die Claymoors nicht? Ich habe zwei gelegt und sie sind tot. Nein, was soll's. Was soll's? Wow. Hm. Wieso, was weiß ich nicht, was ist die Momor mit Schlechtwaffen? Hm, was ist denn los hier? D2 müssen wir erobern. Ah, den können wir wieder... Ne, auch nicht. Mann! Den können wir heilen. Ja, 400 Punkte fürs Wiederbeleben, oh, verflixt. Ah, Blutpunkt gestoppt, ne, auch 200 Punkte dafür. Na, hier sind die Melks am Arbeiten, ne. Noct, noct, noct. Hm. Hier verlieren wir einen Stein. Naja, wer hat den so schlimm skippen können? Wurde gar nicht angezeigt. Boah. Boah. Das ist ja noch nicht weg. Der schießt doch nicht mal richtig auf die Leute, da wackelt der immer so. Ja, verdient. Ohhhh. Hm. Ohhhh. 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 Kam keiner. Okay, wir sind jetzt hier in dieser Fabrik oder was das sein soll. Und wir haben gewonnen. Ohhhh. 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 Mano Metai. Groß GG einspammen. Ohhhh. Ich will da ganz demokratisch. Cap to the Flag. Boah, wieder Frontline. Das ist eine Frontline-Server hier, ne? Okay, das ist ne gute Auswahl. Moonwark ist so Intensive-Town. Okay, das ist schwieriger. Hm. Was ist das? Ich habe das nicht gestartet, ich will in Pakistan, aber ich will probieren. Pakistan. Bridgestan. Hier gibt es diese schöne Brücke. 40. 40 Stimmen für Pakistan. Das ist eindeutig. 40 Stimmen für Pakistan. 40 Stimmen für Pakistan. Ooooooh Hello Are you black? Are you black? Hello Hello I'm Udus I'm always Ooooooooo Ooooooooo Ooooooo Ooooooooo Help Help Let's go Let's go Let's go Go bitch No 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 Never burst down never work Let's go Let's go Why am I black? Why am I black? Why am I black? Why am I black? Einmodell Sollten Ich kann um die Brücke. Oh, das war ein Gegner, hab ich nicht gesehen. Oh. Hülle, Hüllebien. Ja. Hm. Hm. Ja, okay, das ist wieder ein... Boah, Gegner. Ah, der AK-15 auf die Entfernung ist super, ey. Ah, Sniper. So ein Headshot. Natürlich. Nur gut, Gangs, Sniper kommt's nicht so gut an. Aber man kann drauf schießen immerhin, ne? Ja. Oh, die sind dann schon weiter nach vorne gerückt. Oh, nein, oder? So weit laufen. So. Ja. Fällt mir ja toll an. Yo, maybe... Ja. 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 Nee, nee, geht das nicht dumm. Ich kann mir auf dem Livestream nochmal ansehen, wie ich da reingelaufen bin. Nico. Ich bin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Thank you. Help, 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 help. Watch out, sniper. Watch out, sniper. Thank you. Yo, guys. How are you? I'm back. I don't know who I am. I can't agree. I see that there is some kind of meeting here. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh. Oh. Danke, Mehdi. Wow, was Karnate Ok. Oh, gut. Oh, gut. Alright, das ist toll. Oh, gut! Jetzt muss ich es, wir gehen mal. Ja, du willst, Jan. Vielen Dank. 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 Oh man, ich sehe nichts. Oh, ich schieße einfach nur rein und hoffe, dass es trifft. Boah, so viele Gegner, meine Güte. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Ton wieder. Hat er eben gerade keinen Ton gehabt. Wir machen eine kleine Pause. 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 Wir machen eine kleine Pause.